Sonne und Schnee, was könnte ja nicht schöner sein. Feliz Navidad! Jetzt ist Weihnachtsmander, Jules Tomten. Meine Grüne sind eigene Blätter. Schau Weihnachten! Zudem habe ich die ganze Besiesse, die drangehängt habe, einen kleinen Mink. In Schweden sage ich Mink. Mit Augen. Sie waren angesplichtig. Sie waren rechtzeitig. Todruck und abγ 놀 alles Gutes und auf diese Aufragung die Wohnung im Moment ist Weil du mein Heute ist Samstag, ganz lustige Butter. Blinka lilla stjärna. Lilla halvin, akta dig, akta dig, akta dig! Lille halvein, haktade, 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 lille halvein. Golden eye, golden shoes. Das ist golden, das ja. Mein Wels, mein Fisch, ist jetzt am Putzen. Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe, Joe! Huh? Ich kann. Ich bin am Wischen. Ich habe es schon um zwei. Schau, wie schön. Zwei Grussi, relativ gross. Tschüss. Und der Gore, kannst du noch was? Das ist nicht das, was wir wollen. Und der Gore, kannst du noch was? Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe! Huh? Ich kann. 1,2,4. Jetzt ist ein Fisch, ein Hecht. Ich bin am Wischen und habe auch nicht die Ziele gemacht. Du warst nur noch nicht die Ziele gemacht. Das war eigentlich so. Ich finde es so, dass ich so weit nach oben sah. Auch nicht die Ziele gemacht habe. Es war aber nicht das Stabile. Ja, es war blockade und sagte auch nicht die Ziele. Es ist aber sehr dunkel. Es ist ein Fisch. Es war ein Hecht. Ich habe noch nie so etwas komisches gehört. Wir sind alle zwei Flächen. Hi, Monday morning. Lillayatan naktate, aktate, aktate. Lillayatan naktate, anashtaya dey. Tschüss. Hi. I have no idea. I have no idea. It was so cold. It's so cold and now it's sky. It's paradise. The sun and the weather is good. I'm so happy. Hi. It's so cold. It's so cold. It's so cold. It's so cold. Oh, I had to go on. Go home. Tschüss! Tschüss! Mein grosser Gehecht! Lileia da nach Radei! Schienen Sie Briden? Viele Pilze! Ich habe die Flasche mit der Flasche. Ich habe die Flasche mit der Flasche. Tschüss! Tschüss! Mein lieber Hund! Lile Vegetal, achte dich! Achte dich! Lile Vegetal, achte dich! Annars ta ich dich! Tschau! Ich bin unterwegs nach oben. Wir sind schon weg, glaube ich. Guten Morgen! Darf ich mir vorstellen? Ich habe jetzt sechs Hühner. Und die ist jetzt und die Beine ist irgendwie gelärmt. Jetzt pflege ich sie immer ein bisschen. Ein- und austragen, gell? Und am Morgen kriege sie immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Kann ich sie hinlegen? Und sie einfach... Kann sie nur ein bisschen nach vorne krabben? Und sie ist immer noch eine Krabbe. Und dann ist sie fertig. Ja, du kommst in's! Ja, du kommst in's. Ja, du kommst in's. Ich habe so ein süßes BH, das ist so wie ein Kuchen-Idee und ich habe so ein super Kuchen dazu, wenn man das gut tragen kann. Hi, jetzt ist... Jetzt muss ich schauen, was ich da soll geben. Freitag Abend, morgen gehe ich fischen. Wenn schon... ... sondern wie sie sich die Auge aufnehmen, dann sehe ich nicht die Solachen Möbeln, Ich glaube, dass ich so lange mal einen Medimum ausübeigen kann, Ich habe das Gefühl, dass die Maschine in die Petche ausgetauscht ist. Hier kommt ein Dach... ... meine Schildkröte. Unterwegs im Garten ist jedenfalls leibend von... Oh jetzt kommt jetzt die Blumen los. Das war ich Bussehalle. Vem kann segla för utan wind? Vem kan röra utan norr? Bussehalle Stäle. Bussensuck. Tschüss. Hi, streetparade. Ich gehe jetzt ins Streetparade und das Wetter ist schön. Ich freue mich. Jetzt gehe ich zum ersten Mal auf eine spezielle Party. Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt. Ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich heute spannender. Nein, nein. Ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder dem Kollegen. Ich gehe jetzt auf den Ort. Nein, gib ihm den. So ein bisschen, weißt du? Jetzt haben wir wieder einen. Jetzt haben wir einen großen. Jetzt haben wir keine Sache groß. So, das sind die schönen Zahnen. Ganz schnell. Oh, das ist gut. Heißungen von Regnskogen. Wie heißt es jetzt? Pris. Pris, Pris. Pris, Pris. Ah! Ach, ich bin wecklet. Hey, die ist richtig haarig. Das ist die, die ist hier aber nicht. Unwillig warten. Warte. Töne in der Nacht. Die ganze Nacht ist so laut. Tschüss. Himmel. Kann ich nicht fülle Kierkreuten? Ja. Ja! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und jetzt haben wir die Beobachtung. Die Beobachtung ist die Beobachtung. Hier kommt die Beobachtung. Das ist die Beobachtung. Der Beobachtung ist die Beobachtung, die nicht so groß ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020